In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zur Rückwerf haben Sie noch zwei Fälle in meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Es ist mein Wille! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Ich verstehe Ihre Bedenken, Fägelein. Aber wir müssen auch da Eiskreize. It was... ...smashing. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Eine große Verantwortung, du liegt nur auf Ihren Schulden. Sie müssen die Luftwaffe von der Aufbukkrempe. Ich will viele Fehler, du sollst hier anbieten. Fägelein! 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 Fägelein!